Stimmt, wie lauter sind das Spiel. Mit den geänderten Sound-Einstellungen heute. Alles später. Ja, danke fürs. Ich finde das Spiel super. Ich bin einfach nur Kacke, oder? Ja, wollte ich damit sagen, aber ich weiß nicht ganz so direkt. Ich finde, das spielt sich sogar langsamer als Dark Souls 1. Hast du so sehr gerade. Also so spielt sich das, wenn man es kann? Ich hasse dich. Ich mag das Spiel, was ich denke. Echt? Ich mag dir eins nicht. Eins ist super. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht getroffen. Das hat mich getroffen. Klar hast du mich getroffen. wie sich nicht normalen was man 1 vergleicht gar nicht ist ein so flüssiger sogar da hast du denn er war der doch gesessen ist wenn ich folgen es wird mir gerade so hart ich hab den fuchs ja Ja, es ist dieses Spiel. Gott, im Himmel. So. Ich finde es echt weird im Vergleich zum Einzel. Einzel hat sich so viel besser gespielt. Das Einzel ist so viel besser, Alter. Ja, ey. Ich finde, der Input hier ist nicht so schön direkt wie im Einzel. Bin ich runter, oder kommt ihr gar nicht? Okay, er springt. Ja, nein. Der andere Weg. Hä, der andere Weg. Ne, dann komme ich nämlich bei den anderen beiden Hanseln vorbei. Wie viel schneller? Den anderen Weg finde ich furchtbar. Ja, was ist denn jetzt? Kommt ihr oder kommt ihr nicht? Ich gehe jetzt einfach. Ja, dann kommen sie doch von hinten wieder, ey. Ich kenne sie doch dir. Was machst du da? Ja, ja, ja. Du mich auch. Komm. Leck mich doch am Arsch, blöder Fuchs. Holger, du dich. Ja, natürlich. Du bist ne Heavy. Wir könnten denn die machen, was ich jetzt hinbringe. Das ist in den Teil. Ey, es ist so viel... ...weirder als das Einsam. Es ist so viel indirekter. Als sogar nur vier Live-Jams. Das sind fast Live-Jams. Wirklich, wenn ich das Offscreen mache, wenn ich die jetzt brauche. Ey, du bist schon da. Ach, come on. Fuck. Heavy ist gar nicht so geil. Läuft schon. Ich wollte es halt ausprobieren. Passes. Das habe ich jetzt 60% HP. Also Max HP. Geil. Läuft. Ist bestimmt gut. So. Komm man mit? Oh, 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 oh. würdest du den? Wir haben noch Zeit... Existion. Er lebt noch? Oh Gott, schön. Hinčke, sprich? Wir haben noch Zeit. Ich bin noch ein Chat. Hä, da habe ich noch leven repetiert. da steht er noch nicht mal da kann man ja gar nicht sind hier schon abschließt also ich finde es ja eigentlich schön wir schauen es ist die staat wir noch so eine stunde an und dann ja ist ja gut hat er macht mir jetzt sowieso ist aber dann mache ich kein bisschen ich habe nö mache auch kein wenn man geht das geht denn das jetzt nicht was hat es mir denn alles zerschissen bitte schon wieder dahin muss doch wenn ihr hotkeys kuhn wesens jetzt stimmt ich habe die ja geändert da war was wusste ich habe ich vergessen ja weiß ich nicht nein du sammelst nicht warum denn nicht ja bist du für alles spiel ich hasse alles in diesem spiel wenn ich wieder einfach tags sein spielen kann ich wenigstens nicht funktioniert da weiß ich was ich tue ich hasse euch zwei ja ganz sicher ja ist ja gut das angebot dass du mir was kochen darfst in meiner küche ist auch Wenn ich nur zwei dauernd verbrauche und nur einen Quick, ist das auf der Auer nicht so ein guter Trait. Ich bin nur am Durchkehren. Das habe ich nur ihn gepullt diesmal. So. Gucken wir mal. Ein Live Jam, schade. Wir werden aber... Ey! Oh, was hier schlägt? Ja dann, du Affenkind, ey. Aber da werden es, guck mal. Die wollen mir doch helfen, da Bruno und Dox, Sicarius. Die wollen mir doch helfen. Wer da ist, wer da ist? Naja, großes... So, das bin ich gar nicht. Vor allem, wenn ich in dem Buhn stehe. Du bist ja auch für Männerverhältnisse eine Divi. Oh, der steht nicht richtig. Gut. Ja, du mich auch. Ich mach das doch fünfmal. Achso. Ich mach das doch fünfmal. Und dann rufe ich mir jemanden. Sobald ich wieder auf 50% APA bin. Dann rufe ich mich jemanden. Ja, dann darf ich ab. Nein. Du machst es nämlich. Ich hasse es. Noch an Waffen. Nichts mehr, eigentlich. Wirklich, kaum Waffen. Ich hab kein Damage bekommen, ne? Bei dem... Ach. Verdammt. Ich hab gedrückt! Ich... Ich... Ey, ohne Witz. Das ist so ekel. Ach, das bin ich hin. Aha, die Steine. Sein Trigger. Ich ha... Ich hasse dieses Spiel. Es ist so behindert. Da! Fick dich! Fick dich einfach! Boah, ey, nee! Wie hasst du dieses Spiel? Jetzt schon keinen Bock mehr! Hallo. Komm mal hin, sonst kommt dein Buddy so früh. Ja! Genau das meint ich. Fickenden Fack-Arsch! Und ja, es gibt Fickende Fack-Arsche! Und zwar genau die beiden da! Ich hör zu mir Gott. Freed! Nein! Gib mir wenigstens wieder einen Live-Jump. Ach, Arschloch! Dieses verschissene Scheiß-Spiel! Diese dumme Mechanik! Bist du gestorben? Hast du weniger HP als vorher? Naja! Dumm eigentlich! Ne Ahnung! From Software... From Software... ...sollte keine Spiele mehr... ...publishen dürfen... ...ohne mir, sagt sie. Ach komm, er lebt halt noch! Ja, genau! Manche... Ich habe eigentlich eine gute Frage. Was habe ich denn noch? Zwei Äxte! Hast du meinen Weg gehabt? Weiß ich nicht. Was macht denn so eine Axt? 135 plus 28. Alles weniger, ne? Oh, was ist das? Und? Die kann ich beide nicht tragen. Kann ich eh nicht tragen, weil ich habe nicht genug Stärke. Ich habe hier noch nicht. Weil ich dann hätte ich gerne. Ich kann auch die meisten Waffen einfach nicht... Ja... ...aber ich glaube ich fast echt wieder auf Einhandschild. Hundertprozent Schild? Nö, ich habe hier überhaupt eins... ...neunziger. Guck mal leichter. Es ist die zweite Axt. Das ist nicht hart. Zweite Axt ist wichtig. Was habe ich denn? Langsam TP wieder her. Hört maximale TP. Bring mir Seelen. Bestimm dich kriegt. Also wir warten uns hier noch ein bisschen und dann gehe ich zum Boss, oder? Nein. Nein, nein, nein. Wir unterhalten uns jetzt über die aktuelle politische Lage in Zimbabwe. Ähm... Ich weiß nicht mal was Zimbabwe für ein Regierungssystem hat. Ich weiß nicht mal was Zimbabwe für ein Regierungssystem hat. Ist das ein Land oder eine Stadt? Zimbabwe ist ein Land, oder? Zimbabwe ist ein Land, oder? Zimbabwe ist ein Land, oder? Ich bin mir nicht mal sicher. Ich bin mir nicht mal sicher. Fick dich. Was? Das hat er gehört. Du Arschkopf! Versuch Absprung dickwarns. Ich bin nicht dick, ich bin flauschig. Was voraus? No shit! Versuch Zunge, aber Loch. Ach... Tritongue Bot Hole? Was? Das verstehe ich nicht. Was? Bot Hole. Ach okay, ja. Gefahren so, und dann war er vom Meister. Welche Geschoss? Kurz gesagt, irgendwas. Ja. Also, Perrin! Ich kann nicht parryen. Ich bin unglaublich schlechter. Probieren wir es! Ich zeige euch schon mal den Increase vor. Ich meine... Ach... Äh... 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 Und verfehlt. Ich habe ihn halt wirklich geparried. Na, das war kein Parry. Ich habe ihn geparried und dann mit dem Scheißding verfehlt, ey. Äh... Auf was soll ich denn wissen, dass der da eine Stunde betäubt ist, wenn ich den Parry? Du wärst doch auch kein Schwein. Wusste ich... Wirklich nicht. Äh... So. Ich hasse Dark Souls 2. Ich... Ich... Möchte den Zweier halt wirklich nicht spielen gerade. Er ist einfach... HALS! Der fucking Hölle geht treten im Zweier. Ach Gott! Wo kommt denn er jetzt her schon? Oh... Das ist lächerlich! Ja. Ja. Mhm. Hat mir eine C geboxt zweimal. Und ich bin halb tot deswegen. Du mich auch. Aber Backstep HALT! Meine Fresse ist... Meine Fresse ist... Hey ohne Scheiß! Das Zweier ist ein Ratspiel vor dem Herren! Oh komm halt her! Das Zweier ist schlecht! Es macht echt keinen Spaß im Vergleich zum 1er! Was? Nix Mimi! Es ist so! Du! Das war nur Grütze ey! Komm schneller! So! Buddy! Oh fuck you! Das ist der mieseste Schattendoppelgänger aller Zeiten! Das seht ihr gar nicht ähnlich! Hallo Holzi! Hallihallo! Dann darf ich vorstellen... Oder warte erst mal! Warte erst mal was das ist! Es gibt noch keinen Tipp! Noch keinen Tipp! Noch nicht! Okay! Der Tipp kommt dann! F*** euch alle ey! Ich hasse dieses Spiel! Ich hasse es so sehr! Daxus 2 ist das größte Scheißspiel überhaupt! Komm grad nicht mal mehr zum Boss ey! Das ist so! Mimimi! 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 Mimimi dir auch gleich eine ey! Weiß keiner! Klappt dann eh! Ganz! Also! Als kleiner Tipp! Das hier! Ja! Und er mag ihn! Das ist mein Lieblingswerk! Na ja! Die droppen das nicht mal! Moment! Das ist ja eigentlich nichts! Keine Blatt und Pupen! Ein Tor! Richtig! Das ist Tor! Richtig! Ich habe ein Ritual vollführt! Und habe mir nordische Götter beschworen! Die mir helfen meine Feinde zu besiegen! Wieso lebt der noch?! Das ist doch zum Kotzen alles! Das war ich schon wieder einhändig spiel! Dann spiele ich schon wieder einhändig! Hab ich! Nein! Wie hörst du diesen Kerl? Krass dich so sehr! Weisch? Und siebzehn! Und siebzehn! Und siebzehn! Und siebzehn! Er lässt mich ja nicht! Naja, sonst hasse ich dich nur noch mehr! Ich dachte, er schminkt wieder nach hinten! Warte mal, du hast eine Range! Noch mal was mit dem Ding! Gegenstand! Lauf, Jan! Ich will dir nicht deine Gamaschen! Wieder einhändig gebracht? Du blöd! Kriegst nicht mal mit, dass ich da bin, du Hans! Guck in die Luft! Ernsthaft, was ist los? Was ist falsch mit dir? So, wie passt es? Parry nur! Wie passt es? Komm, versuchen wir es nochmal mit Parry! Viele Wege in! Ja, ist... Nnennennennen! Ich würde mal jemanden rufen, wie gesagt! So! Hierher! Ja, ich habe auch die falsche Taste gedrückt! Ich habe auch Blocken! Ich habe Blocken statt Parry gedrückt! Das kann nicht klappen! Shit! Ja, so wie ist ein Kerl! Er fucking per suber, ey! Das ist so ein dummer Drecksgegner, der viel zu stark ist eigentlich für das Gebiet! Und den ganzen Scheißnamen! Nein! 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 Ja! Komm! Ey! Das ist so... F***t euch einfach! Mit einem allen Spiel gescheit! Der Kingsfield hat das auch hingekriegt! Ja! In meinen Rücken! Ja! Komm! F***ing geht direkt so! Das war ein Backstep! Ich hasse dich! Verschlag dich und deine Schwester! Der andere kommt halt auch gleich! Ich hasse es 2er! Es spielt sich so anders als es 1er! Nein! Ernsthaft! Es ist so unglaublich träge und langweilig! Soll ich mein Ange... Nein! Okay! Lass dich die Fresse halten! Ich bin pisst! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Bin gar nicht da! Ja! Ach komm! Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn... Ja! Wieso ist denn der jetzt... Wie triggert's denn den bitte? Was ist denn das für eine Scheiße ey! Was ist denn zu Katzen? Ne! Ich mag es 2er überhaupt nicht von der Spielart! Das wäre mir gar nicht aufgefallen! Es ist so f***ing träge! Ne ne! Am Dienstag gibt's Dark Souls 3! Ganz ehrlich! F*** Dark Souls 2! Ohne Scheiß! Das ist so... Kinder ey! Wie kannst du den verfehlen?! Ne Null Seelen! Da kommt man ja auch her! Affenkinder ey! Ja! Sag mal! Ich möcht' dieses Pett so gegen die Wand da vor mir werfen! Okay, das soll macht mehr Spaß als der dritte Teil! Jetzt wird gleich wieder den ersten! Der erste macht sowieso am meisten! Der erste ist toll! Da kenn' ich mich aus! Da weiß ich alles! Nein! Was zum Zugocken hier! Und zum Modden! Nicht zum Spielen hier! Wenn du streamen willst, stream's ever! Nein! 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 Das ist eh mal meine Bib gespielt! Schnatter! So! Wieso mach' ich das eigentlich nicht gleich immer so? So! Komm' hier hoch! Da oben pullen wir die anderen beiden nämlich nicht! Gut gesagt! Was? Ich kann grad nicht! Der ist hart! Ey! Komm! Äh! Da oben machen wir das! Oh! Mit dem Nudelholz! Hallo Lina! Immer noch an der... Nein! Mio! Nein! Wir sind... Wir sind nur zurückgekehrt! Er kommt nämlich gar nicht! Das... 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 Das dauerliche Generation ist halt auch so lahm! Hallo! Das ist so dumm, dieses Spiel! Ich hasse es! Zweier! Hast du eigentlich gesehen, wie langsam der wollt? Alter! Der lebt noch! Gott! Äh! War das knapp! Äh! Wie sollte man das denn machen? Wie wir's... Die anderen töten! Und sich nicht töten lassen! Und... So! Ganz einiges... Freilaufen! Äh! 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 Vielleicht tötet er mich jetzt gleich da oben. Ah, diesmal guckt er nicht in die Luft. Ich kotze gleich so hart. Was hat er? Ich bin ja auch auf 39 Prozent. Was bin ich denn so schwer? Krass. Ich hab aber keine andere Wache. Zwei. Daran liegt es jetzt wirklich nicht. Aber wenn es jetzt so schwer... War aber auch wieder unter 25 Prozent, oder? So schwer. So. Inzwischen was... 24,6. Das müsste... Gott. Der ist ja doch schon viel besser aus. Wunderbar. Ja, natürlich. Da. Da Twitch bestimmt nichts dagegen. Wobei, dürfte ich mit einem Sack überm Kopf streamen? Also nur mal... Fight me, Bro! Das ist ja auch. Abgedrückt! Ich hab gerollt! Ja, jetzt dringste! Ich hab' mir jetzt ein paar Rollen ausmachen. Nee! Ich muss mich doch einspielen. Gibt's doch nicht! Wieso... Wieso bin ich im Zweier so schlecht? Im Einser bin ich halt echt gut. Im Zweier so ultra kacke. Heu mir auf, jetzt selbst der Film. Verzeihung. Den Mist hatte ich in Pädagogik. Nee, nicht Pädagogik. Ja, Pädagogik, Psychologie hatte ich ja. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Das ist wohl dieses Blindspielen, ja. Also so, das meinste. Stirb! Jetzt! Okay! Ach! Ja, was? Ich möchte gerade diese Axt in der Hand haben, muss ich dir die Kopf haben. Das ist... Hallo. Ich bin an der Wand hängen geblieben, weil ich in der Axt schwinge und ich... Der Tod? Ja. Und weg. Genau. Geh weg, geh weg, geh weg. Kein Life Jam, kein Life Jam. Warum droppen die denn nichts mehr? Habe ich schon alles. Warte mal, wie war das mit dem Gegner zehnmal totes Responder nicht mehr? Eigentlich hast du, glaube ich, gar nicht mehr so. Schon, ne? Sprünge nach hinten. Die können nicht trinken, oder? Die Gegner. Kann sich der Boss nicht einfach auch irgendwann denken, oh der Typ geht mir auf den Sack, ich gehe jetzt einfach. Ich war nicht da. Seriously. Ne. Einfach ne. Hey, 1080. Uhuh, Full HD Souls. Entschuldigung. Es tut mir leid. Der 1080 denke ich halt an Full HD. Die Auflösung. Entschuldigung. Ach, am Arsch. Du mich auch. Ach. Ach. Er hat ein bisschen mehr ausgeholt als er wartet. Nein. Boah, der nervt mich nicht. Sag mal. Das ist schön. Das ist blöd, ne? Ja. Das ist der schnellste Notebook neben Darksus installieren. Und dich summonen lassen. Auch wer installieren während dem Stream geht? Das habe ich schon mal ausprobiert. Ich habe hier die Scala Edition komplett. Ähm. Oh, der ist weg. Der erste Gegner respawn. Oh, der lebt noch. Was? Der ist halt auch groß gestreckt. Du musst ihm die Axt haben. Ja, natürlich. Der soll nämlich auch nicht mehr respawnen. Ist der noch da? Nö. Was ist der andere überhaupt? Oh. Genau. Ich habe die ersten Gegner... Oh. Ich habe die ersten Gegner... Hi. In Darksus 2 ist es so, wenn mein Gegner zehnmal getötet hat, respawn dann nicht mehr. Hallo. Dann kann ich immerhin bald durchlaufen. Ja. Also wenn ich irgendwann mal soweit bin, dass ich auf dem Weg zu einem Boss alles weg habe, dann... und immer noch den Boss nicht schaffe, dann darf ich doch jemanden summonen, oder? Ach, wie ist das? Die HP... Die HP-Bar ist ne Frechheit für mich. Dafür wieder nen Hit kassieren, ja? War lächerlich. Aber spring doch einfach! 1. 1. 1. 1. 1. Ich parry ihn. Ziemlich. Ich parry ihn. Parry ihn und schieße ihn mit der Balliste ab. Hier. Nice. Was?! ... Was?! ... Was?! ich ruf mir jetzt jemand die schnauze voll hey mag ich jetzt zeigen die scheiße hasse dark souls 2 ruhig schön spiel nervig es bleibt aber es spielt sich komplett anders als das 1 da haben wir jemanden den namen cool geschlagen toll omi gummi nehmen wir den weh geschlagen ich glaube ich möchte dir fragen bist du mich verarschen der noch da ist weg immerhin geht der weg jetzt schnell das hat ja auch kleine guten sagen so er ist ja weg der noch da ist ich dass wir nach hinten springt perfekt er hat mir doch einen leuchten da kann man noch jemanden sammeln sich welches auf den welt und getötet ich würde ich hasse dieses spiel ich hasse alles dieses spiel mein leben wo ist das sein hey es gibt es noch nicht das kann doch nicht sein oben einerseits eingelegte ich kann doch die seite oder ich sammeln noch keinen bruch gibt es ernsthaft jetzt kommt irgendeiner muss doch hier sein hinlegen immer wer was war ab anmelden funktioniert alles und keine neue information müsste live sein fort fort alles zum kotzen alles zum kotzen nein du du legst jetzt ein sein er macht es um schützen dann legt er ein sein und schützt hier ich hätte das sein zuerst berühren sollen wer hat sich gedacht hier will keiner hilfe gehe ich halt wieder ja hm 5 4 2 2 2 2 1 ja fuck it gut hätt er klappen können ja ja der holt eine halbe stunde aus okay der holt eine halbe stunde aus sie du hast das ja ja du hast du hast ja 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 alles kann ich du bist was war denn da getroffen bullshit naja denken dauert zu lang da war so was nicht hasse diesen boss als bin ich wieder hallo wenn ich mir nicht mal jemanden rufen ich habe sie jetzt gerade die server genommen also ich denke braucht ja keiner mehr spielen die spielte er jeder tag ist dabei oder remastered vom 1er wenn man die server mal kurz runterfahren ich sage der eine ist jetzt nicht mehr da aber der dritte ist noch da der dritte durfte da sind auf jeden fall aber er hier wahrscheinlich nicht da und er ist noch da ein tipp richtung für ein tipp ich weiß weil ich so ein pattern einfach noch nicht kenne und seine schläge oh god das wird funktioniert hier im 2er auch nicht so wo war das denn kein backstep eigentlich deinen dummen helm natürlich will ich einen backstep die nachrichten gehört alle hin wird einmal gewechselt die 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 F*** dich! Okay, jetzt parry doch mal. Was? Ach, come on, ey. Ich kann dieses parryen nicht. Ich wollte ihn jetzt parryen. Ich will parryen. Alter, das ist das Menü vor allem. Die Schnauze vor. Da, 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 da. Steh auf! Summon! Summon! Sofort! Das war's für rechte Verarschen. Ja. Du klingst ganz agressiv. Klasse, dieses Spiel gerade. Einfach echt mit einem Dreier weiter machen? Ich sag einfach, ich bleib dabei, es läuft auf dem Rechner nicht rund, das Spiel. Okay. Hä? Da, 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 AlphaZero, komm, du hilfst mir, und Stellalive auch. Wow, wow, wirklich. Hä? 2, klar. Wow. Wenn ich noch einen finde, ruf ich den auch. Wow. Ich fülle mir das auch wieder zu 100 rein. Oh. Hallo AlphaZero. Muss man beugen, ja. So, mitkommen. Wir werden sich jetzt auch denken, wirklich dafür. Vor allem, wenn sie sehen, hey, die sind ja alle schon weg. Keine Ahnung. Ich verlaufen sie sich und kommen gar nicht hinterher. Ja, das wär's jetzt noch. Kommt ihr? Äh, im Praxis. Weiß ich nicht. Wow. Hier ist halt nichts mehr da. Du musst nicht hochlaufen. Der ist auch mal verwirrt. Nee, der Alpha. So. Kommt mit, helft mir. Macht ihn. Ich lass euch mal vor. Ja. Das ist echt herrlich. Ja. Ich mag die einfach von der Balliste weggehen und mit draufhauen. Ja, ja. War weg. Ja. Mal hierher. Dann können wir alle draufschießen. Was machst du das? Ich bin nicht hier drauf. Ja, ja. Puls Tiller live hier nicht hierher. Aber. Geil. Das war mein letzter Live-Gym, oder? Ich trau mich nicht! Ich trau mal das Traurig. Danke schön, danke schön, halt die Klappe, weißt? Ich darf es jetzt sagen, dass... Fuck you! Was? 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 Was?